Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Nach einem gelungenen Kinderzug in Mayen ging die Party erst richtig los. In der Pfarrbegegnungsstätte Herziesu fand die Kinderparty der jungen, alten, großen Mayener Karnevalsgesellschaft statt. Vorsitzender Thorsten Dräger und seine Mannschaft boten den Nachwuchskannibalisten beste Unterhaltung. So war auch dieses Mal Zauberer Zandtag mit jede Menge Tricks angereist. Begeistert verfolgten die Jäckepens die Show, bevor dann das Prinzenpaar der Stadt Mayen samt Gefolge in die Langhalle einzog. Gemeinsam mit Prinz Gerd dem Ersten und Prinzessin Uschi wurde fröhlich das Sessionslied gesungen. Für die Nachwuchskannibalisten ist die Kinderparty stets beliebter Treffpunkt und gründender Abschluss nach dem Mayener Kinderzug. Schön, dass die junge, alte, große den Mayener Pens dazu Gelegenheit gibt, eine fantastische und kindgerechte Phasennacht zu feiern. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.